Ja moin, ich habe hier den Cardfight Vengard Manga Band 4 von Akira E2. Das erste Auflage sollte auch eine Promokarte enthalten. Und ja, dann mache ich den einfach mal auf. Der liegt schon irgendwie seit einer Ewigkeit in meinem Schrank rum. Habe ich aber bis jetzt irgendwie nicht geschafft aufzumachen. Und ja, dann gucke ich mal rein. Und da ist sogar eine Promokarte drin, keine zweite Auflage erwischt, die es wahrscheinlich sowieso nicht gibt, weil sich kein Mensch dafür interessiert, aber nun gut. Mal sehen, hier nehme ich lieber mal eine Schere, nicht die Karte. Ach, hier sind ja diese Dinger auch dran, da kann ich ja einmal abreißen. Und dann haben wir hier den Dark Dictator Shadow Paladin Clan. Hier mal der Effekt, zu faul vorzulesen. Und ja, coole Karte. War vielleicht vor 3, 4 Jahren irgendwann mal gut. Jetzt nicht mehr. Ist nicht mehr ganz so aktuell mit seinen Grad 3 und 10.000 Power, aber hey, für Sammler, denke ich mal, eine ganz coole Karte. Ja, das war's mit dem Öffnungsvideo. Der Manga ist eigentlich auch immer ganz cool, werde ich auf jeden Fall lesen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.